speichern mal kurz aber ich sehe schon ja ich muss so viel machen okay 158 mini spiele 106 106 mini spiele ich habe gerade noch viel oh mein gott ja ich habe dass die nächsten 30 streams nichts anderes vor ich bin da ok Okay. Das war's für mich. Ich war schon wieder in die völlig falsche Richtung. Ich muss mir gute Vorräte machen wegen den ganzen Heilungssachen. Das wird noch eine lange Reise. Guter Segen. Kann man hier was kaufen? Nee? Nicht? Ich glaube, ich habe irgendwas gerade kaputt gemacht. Hör ihr Arschgeigen, ich war gerade hier schön am Fahren. Auch mal bis denn. Alles klar Klaus. Bitte Nacht Nino. Soll ich alles verpasst? Ein bisschen. Weiß ich nicht. Wir haben ein neues Teammitglied. Der ehemalige Taxifahrer, der uns ausrauben wollte, ist jetzt unser Freund? Ganz wild. Oh mein Gott. Warum? Bitte lauf mal wieder. Ich hasse es so sehr. Oh mein Gott. Das ist so creepy. Guck mal, wir haben eine neue Attacke. Oha. Darf ich nicht? Ich habe Windelwurm gelesen. Passt auf. Was ist mit dem neuen Spider-Harlick-Binden-Game? Was soll damit sein? Was soll damit sein? Hallo Bomber. Wir überfahren mich nicht, wir überfahren mich nicht. So, wir sind da. Was soll damit sein? ja dann warte ich wohl hier oh mein gott warum sind die alle hier so bescheuert und sexes mal ich scheiße kein geld also schwierig kostet auch alles habe jetzt zwei neue spiele mit müssen schwierig ich habe jetzt zwei spiele wohl dass ich nichts haben gerade und feine finde sie halt crazy money meine motze sind selber arm also sie sollten geld so werfen nein sie lässt sie gelde machen ja es ist und die spiele werden immer teurer oha 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 so 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 Okay, dann können wir uns jetzt arbeiten. Oh, okay. Wie ist denn das? Ich weiß nicht, wie ist die Arbeit? Ja, das stimmt. Das ist das, was man mit dem Kunden zu verabschieden. Ich habe mir das Lottus-Spin, wenn ich das Lottus-Spin Machen wir ein Lotto spielen und gleich hat ja einer Glück. Dafür bräuchte ich erstmal Geld fürs Lotto spielen. Schmeiß die Phobies durch den Stream. Alles gut, Tule. Ich sterbe nicht. Alles gut. Es und so habe ich noch alles. Alles gut. Umschwingen, rumwirbeln und rumschreien. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was hat das denn? Ich will Pizza verbringen, aber kein Burger. Nee? Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Sie sind Huhn! Ich bin hierher. Ich bin hierher. Das war's für heute. Was war das jetzt schon wieder? Das ist nämlich ein crazy Taxi. Ja. Das war's für heute. Was? Alles klar! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was das für ein Move war. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich hab nur 30 verdient. Okay, wir machen mal normal. Das Minispiel ist schon lustig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist einfach so unnormal. Äh, danke schön. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Das war's für mich. Es ist klar, es ist klar! Es ist einfach klar! Yo! What the fuck? What the fuck? Was soll ich spiele hier? Ich kann die Autos wegkicken? What the fuck? It's so weird! It's so weird! Yeah, that's right, that's so good! Oh mein Gott ey! So, 1 Dollar! Ich kriege einen Dollar für 200 Punkte, das finde ich ja toll! Hatsune Miku? Was? Okay... Nun... ... ... ... ... Das war's für heute. Ist bestimmt mit dem CA so richtig gut hier. Singen die auch, oder? Wahrscheinlich nur ein Soundtrack, ne? Eine kleine Zwischenfrage, das ist doch eigentlich ein Kampfspiel, oder? Ja, auch, unter anderem. Ich find cool, dass man hier auch die Musik kriegt. Ähm, ja. Also, das Spiel werden wir auf jeden Fall öfter machen. Nats de Koko. Ach, okay. Ja, ja, ja. Tiefen Bruch. Na dann, zeig mal. Au. Ach, ich muss dringend mal was futtern. Kaffee. Wenig spendabel. So ein bisschen, ne? Okay. Hier sind mehrere Sachen, die ich noch... Ach du Scheiße. Wisst ihr, ich war noch nicht mal in dem Gebiet hier. Ja. 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 Oh, jetzt schreibt ihr über Burger King, jetzt krieg ich Hunger. Jetzt krieg ich auch nen Burger. So nen fetten... Oder von McDonalds, so ein Big Mac oder so. Oh. Würde ich jetzt auch essen. Aloha. So. Ratschlüssel. 500 Dollar. Ja, war geil gerade. Ja. Danke. Danke. Und wer das ist, was ich jetzt hier mitgekommen kann? Oh. Oh. Hallo. Hey. 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 Hi. Hey. 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 Aloha! Danke! Sie brauchen eigentlich nicht mehr Geld. Ich weiß. Ich weiß. Das müssen wir wahrscheinlich durch die ganzen Minispiele dann. Wollen wir erstmal den hier kaputt? Und jetzt kannst du doch das hier mal machen, oder? Alter! Oha, Ben! Oha! Also hat Iko mit dem Thema angefangen? Blöde Kuh, ey! Oh nein, das ist ja so ein komisches... Kuseldinger! Selber Arschkuh! Oha! Ich hab' nicht mit Essen angefangen! Der kostet 300 Dollar! Mit Vorteil 4.000! Und? What the fuuuuck? Okay! Oha! 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 End of the line! Oha! 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 Poundmates hört sich so falsch an. Das ist alles einfach falsch an dem Spiel. Oha! 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 So, dich haben wir gerettet. Können wir Freunde werden. Ähm! So, da sind wir. Am Ende bist du mit der ganzen Stadt befreundet. Ja? Das ist mein Ziel. Am Ende bist du mit der ganzen Stadt befreundet. Ja? Das ist mein Ziel. Das Vogelnest als Frisur. Ist das jetzt eine Beleidigung oder ist das ein Kompliment? 清 Two! Das ist mein drittes was von deutschen bene! Die gibt's! Die gibt's! Die gibt's! Die gibt's! Dass die gibt's! Die sind schon mal. Die gibt's! Die gibt's! Oh, boy. Alter, ich habe Hunger wegen euch, ne? Ich hatte heute eine Pizza, eigentlich. Ah. Ist ja okay. Ja, aber nicht so geil, wenn ich jetzt wieder Hunger habe. Ja, vielleicht muss ich mir auch gleich ein Brot machen. Aber wird halt eh besser. Ganz tief in Labyrinth. Ganz tief in Labyrinth. Ich habe gerade Pommes. Oha. Ah. Gondiang. Ich kann mich auch gucken, aber es ist nichts mehr da. Nein, ich sage ja, das ist ganz schlimm gerade. Soll ich abhaben? Ja. 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 Ich meine sind Pommes um sich. Ich bin jetzt hier, dass ich das Auto-Konferen habe. Ich bin jetzt nur ein Verständnis von dem Verständnis. Ich bin der Mann, der Mann, der Ruhmann-Konferenz, der Mann, ist. Natürlich ist er mit dem Bara-Kur-Da. Wenn ich den Ruhmann-Konferenz mit dem Ruhmann-Konferenz schaffe, dann könnte ich mich nicht mehr mit dem Ruhmann-Konferenz. Was? 50.000 Dollar? Ich habe jetzt schon Geldprobleme im Spiel, ne? Na ja, Flo, ist klar. Arsch. So ein Dreckiger. Ach so, du sammelst noch den Hass-Pegel, ja. Ich übertreib's gleich, du? Ich bin ein Dreckiger. Wir haben Zeit. Es war einmal. Drei Stunden später. Es war sehr, dass wir uns hier im Weg gemacht haben. Die Frau von mir ist bei uns. Ich werde sie mit mir in den ersten Jahren etwas übernehmen. Wenn ich mich daran erneut, dann war es mein Leben. Ich habe meine Familie. Ich habe es gesagt, dass ich die Frau von Marie hatte. Ich wollte es mit ihr, die ich mit ihr zu machen. Ich wollte es mit ihr. Ich habe es mit ihr, wenn ihr ihr seid. Okay Oh ha Oh ha You're fine Oh 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 boy Oh boy Erklärt, warum wir auch was angehängt bekommen haben Oh Hmm Oh 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 Okay Oh, sie hatte neun? Hoffentlich nicht. Oh nein. Oh nein, warte mal. Oh. 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 Ich habe mich überrascht, dass ich nach oben bin. Ich habe mich nicht gemacht. Ich habe mich nur auf die Hände. Aber... ... dass du jetzt hier leben kannst. Wenn du dich verletzt hast, ... du hast mich nicht verletzt, dass du dich verletzt hast. Du hast mich nicht verletzt. Ich habe mich damit auf meine Hörbeidung in den Augen geholfen. Ich habe mich auch nicht mehr, aber ich habe mich an den Sieg zu retten, und habe mich immer nur mit einem kleinen Einwandersteller von Koneseville. Ich habe mir einen Ahnung, was ich sagen, wenn ich mich nicht mehr so will, ist es? Tomi... Ich habe mich dann mit diesem Fall verletzten, dass ich mich nicht mehr verletzen habe. Aber ich habe mich daran schon überlegt, dass ich mir eine Hörbeidung für Sie und den Hörbeidung eines Hörbeidung habe, weil ich mich verletzen kann. Ich bin mir das Gefühl, dass ich noch immer mit dem Baraquuda mit mir schlussendet bin. Ich kann nicht mehr mit dem Baraquuda retten. Ich habe die Frage mit dem Baraquuda gehalten. Wie ist das? Das ist das Baraquuda-Baraquuda-Baraquuda-Baraquuda-Baraquuda. Ja, das ist das, dass ich das film... Ich kusukunft. Das war's. Ich bin der Zeit, dass du dich nicht sterben bist. Aber du hast das gemacht, oder? Das war's für dich. Was ist das für dich? Ich habe es entschieden, dass du dich selbst bestätig bist. Oh, du hast du die Verletzung? Du hast das gefeiert. Du kannst nicht anders. Du hast du das nur so hart, du hast du das zu tun? Ich weiß, dass ich mich nicht mehr mit dem Bara-Kur-Da verletze. Aber... Wenn du jetzt mein Leben in der Zeit hast, dann sollte ich mich nicht mehr auf die Seite sein. Ich muss mich nicht mehr so schlafen. Was ich schlafen, dass du Bara-Kur-Da-Boss oder wasst? Das ist dein Leben. Ich bin schümmelig, aber wenn du nicht mehr so schlimm bist, wenn du den Jungs verletzt bist, hast du nicht mehr so gehalten? Das ist also nicht so schlimm. Also, ich habe mich nicht mehr zu verletzten, was ich? Es ist ja nicht so schlimm. Ich habe mich nicht mehr so schlimm. Ich habe mich, aber ich habe mich immer noch nicht überrascht. Aber ich habe mich nicht sicher, dass ich mich für die Zukunft spiele so gehen. Ich habe mich sicher, dass ich mich nicht mehr so auf jeden Fall verletzt. Ich denke, dass ich mich nicht so gut für die Hörbeinung habe. Ich denke, dass ich mich nicht so gut für die Hörbeinung habe. Was ist das? Das ist ein Zeug, der Kiel? Ja, Kiel! Ja, wir haben uns gut gemacht. Ich denke, dass es nicht so schlecht ist, Tomi. Das ist nicht so, dass ich mich so schnell anrufen war, Herr Kahn. Ich habe schon gesagt, dass ich den Bala-Kur-Da-Einheit habe. Ich habe das auch gesagt, ob du gehen kannst. Ja? Ich habe das schon gesehen. Los geht's! Ich bin der Leute, die ich nicht. Ich bin der Bala-Kur-Da-Einheit. Nein? Ich bin ja nicht so. Ich bin mir auf die Arbeit. Ich weiß gar nicht, was so ein tolles Team er gerade hat. Ich bin mit Ruby jetzt befreundet. Ja, bitteschön, jetzt hast du es. Ein rosa Bändchen. What the fuck? Bikini. Ein Sommerkleid. Das ist... Also in diesen rosa Bändchen sehe ich Flo. Mit seinen wunderschönen, süßen, mädchenhaften Haaren dann. Da würde ich gerne seine Haare mit reinflechten. Dann bist du ganz toll. Thank you. Aloha. Thank you. Zeit für eine Glatze. Keine Sorge, ich klebe es mit Hautkleber ran. Hey! Ja, rat mal, wie mein Schnurrbart im Gesicht gehalten hat. Hautkleber besitze ich. Kann ich mitbringen. Ach ja. Dachte schon mit Superkleber für den doppelten Spaß. Ich mein, ja, kann man auch machen, klar. Musst du nicht? Hast du schon so viel Zeug dabei, Lisa? Ach, keine Sorge. Das kleine Fläschchen passt auch in meine Hosen-Tasche. What the fuck ist das jetzt? Level 21? Wir haben einfach fast 100 Dollar geklaut, die Arschlöcher. Oha, what the fuck, ey. Jogging-Schuhe. Ja, zum Wegrennen der Gegner. Ich zahle mal ein bisschen was ein, ne? Oh, hier kann ich bestimmt was verkaufen. Warte mal. Ich möchte Gegenstände verkaufen. Stinkendes Handtuch. So, Silberteller. Und die hier. Und Eisenteller. Sehr gut. Trostiger Metallschrott ist nicht wirklich zu gebrauchen. Man verkauft es. Ist nicht wirklich zu gebrauchen. Achso, was kann ich denn bei dir kaufen? Aloha. Alter Magen, beruhigst du dich mal bitte? What the fuck? Ich habe noch nie so einen langen Magenknurren gehabt. Alles eure Schuld. Das hat sich ja gerade gar nicht beruhigt. Hä? Upsi. Aber so richtig. Das hat ja gerade nicht mehr aufgehört. Oha. Flüssig Stickstoff Spray. Was zur Hölle kann ich hier kaufen, bitte? Oh, einen roten Anstrich. Da habe ich dabei. Thank you very much. Baucht jetzt schon. Da hat wer Hunger. Hihi. Von unterm Tisch gegen den Magenpitz. Aha. Wer bist du jetzt? Eine Laberbacke und kleinen Ganover. Kriegst einen Kieferbruch. Der Kieferbruch. Dichtest schön. Oh. Ich bin der Wettbewerb. Oh. 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 So, wir sind jetzt im neuen Gebiet. Wie cool. Ich schlucke, ähm, Dinger. Hallo. Oder seid ihr Werwölfe? Streuner Galgenvogel. Okay. Waxing wäre ja ganz praktisch für euch. Wirklich wie so ein Wehrwolf, ne? Hier ist es auf jeden Fall ranziger, gefühlt. Hier ist es auf jeden Fall ranziger gefühlt. Ach, ich muss sogar da durch. Okay. Okay. Boah, ich bin echt viel. Hey, Juh. Hey, Juh. Tschüss, Level. Habt ihr denn? 13. Okay, das geht ja. Also das ist willkommen. Hier wird dann auch doch gekut. Hier geht nicht. die war es zur hölle der mich voll geklebt what the fuck oh 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 ha von hinten oh 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 Nee, der ist auch klein. Der große 1,53. 50 riesen? Der große 1,53. 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 Oh, wow. Feiglinge. Was ist die mit den drei Zentimeter? Was ist das? Ja, Roman. Wir haben keine Ahnung, dass wir so viel Geld haben. Aber ich möchte, dass wir uns in der Verteidigung. Was ist das? Das war's für mich. Wie cool er immer bleibt. Holy shit. Well, what are you waiting for? Tomizawa, are you going to go? I don't know what to say. Arara. Let's teach him how wrong they are. Halt einfach. Das ist wirklich Abschied. Wieso? Nehmen wir denn erstmal den Hocker und dann? Bang! Wieso? I don't know. Wieso? 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 Ja, ja. Das war's für mich. Das hat er dir, ja, mein boi. Oh ho 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 Oha! Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Oh, Alter! Der kriegt ja gerade richtig auf die Fresse. Das ist gut. Bäm! Das hat weh, glaube ich. Hat er verdient. 260 Dollar, sehr gut. Ah, schön. Alter, dieser Haken! Dieser Haken! Boah! Ach, Ichiban, ey. So ein treu-douwer Blödmann, ey. Der denkt sich auch, wo bin ich hier gelandet? Welch ein Irrhaus! Ach, schön. Ich mag Ichiban. Guck mal, jetzt nicht mehr so eine große Klappe, ne? Man könnte denken, er ist 15 Jahre alt. Ist halt wirklich so im Kopf, ja. 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 Ja, sie ist frei. Ja. 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 Er kann uns wohl nicht sofort hinbringen. Es ist sowieso zu spät. Äh, schon spät. Gehen wir einfach zurück ins Hotel. Gute Idee. Ich bin komplett erledigt. Ach, nicht ihr schon wieder. Warum liegt die Wände da schon wieder? Jetzt liegen diese Würmer schon wieder da auf dem Boden. Ja. Ich bin der Mann. Ich fure! Ich fure! Ich fange! Diese 2. Und ich hoss es. Ooooooh! 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 Eeeeee! Das wär doch mal ein Überfall 친- da... Aaaaaaah, da darf ich trotzdem noch nicht lang. itu ein wildes dantic aloha im geiste 50 freunden oder so und ist richtig gelesen alles voll teuer an salve erkältungsmittel lähmung entgiftung entfernt bluten entfernt betrinken entfernt betäuben habe ich schon entfernt schlafen das sind alles so richtig nervige effekte im kampf verbandkasten belebt gefallene verbündete das sammle ich mal jetzt in zukunft ziemlich teuer aber bei einem hauptkampf oder so kannst du den arsch retten ich weiß noch beim vorherigen teil wo wir den bosskampf hatten das war ganz kritisch bitte verkeh mich nicht wieder ab junge nutzer ist es auf jeden fall wo ein wildes ich mein wildes ich willst du nicht erleben was equal ist als süß sieht weird das war ganz kritisch das war ganz kritisch und das war ganz kritisch das war ganz kritisch was was wackelt sie mich hier an und wie wackelt ja wackelt hey aloha aloha thank you happy befreundet buggerschein buggerschein wow buggerschein 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 kim buggerschein respeit buggerschein hallo 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 habe keine Das war's für heute. Bitte was, Stintik? Oha! Da war ich so gemein hier! Da war ich so gemein. Das war's für mich. Nice. akademische gesundheitsbooster